Kallimera, liebe Zuschauer, wir sind die Hashtag Neuen Musen und wir heißen sie ganz herzlich zu Hermann und Dorothea von Geburtstagskind Jovo Goethe willkommen. Herzlichen Glückwunsch zum 271. Mein lieber Herr, geheimer Rat. Und danke nochmal, dass du dein kleines Epos in neun Gesänge eingeteilt und jeden Teil einer von uns gewidmet hast. Das macht ja heute keiner mehr, das finden wir super. Und jetzt viel Spaß bei Hermann und Dorothea. Ja, vielen Dank, meine Damen. Mit dabei sind Hermann, ein junger Mann im heiratsfähigen Alter, der bisher verdächtig wenig Interesse am weiblichen Geschlecht zeigt, was seine Eltern, die Wirtsleute vom Goldenen Löwen, ein bisschen besorgt macht. Vor allem Papa hat große Heiratspläne für ihn. Dann gibt es Papas Kumpels, erstmal den coolen jungen Pfarrer, sowie den crazy Apotheker. Und vor allem natürlich die zupackende und wunderschöne junge Dorothea, die gerade als Geflüchtete vorbeiströmt. Wir befinden uns auf der deutschen Seite des Rheins, wie man hier im Hintergrund sieht. Und zwar kurz vor 1800, als ständig Krieg gegen Frankreich ist. Nur weil die so ein bisschen Revolution gemacht haben. Gut, sie haben den Krieg auch angefangen. Jedenfalls fliehen die Deutschen, die normalerweise auf der anderen Rheinseite wohnen, gerade vor den Franzosen. Die meisten Stadtbewohner sind deshalb natürlich draußen an der Landstraße, Flüchtlinge gucken, sieht man ja nicht alle Tage, während die Wirtsleute vom Goldenen Löwen sich freuen, dass sie abends mal frei haben. Also, das ist schon richtig, dass du den Hermann einfach mal mit Klamotten und Essen zu denen geschickt hast. Wenn es einem gut geht, muss man auch mal solidarisch sein. Apropos, ich habe auch deinen alten Lieblingsbademantel mitgegeben. Oh, naja, ist ja für eine gute Sache. Und da kommen die Kumpels vom Wirt und der Apotheker so, also das ist ja, die Leute sind so crazy, so katastrophengeil, fehlt nur noch, dass sie Handyvideos machen. Was relativ lustig ist, weil er ja selber dabei war. Ja, das ist halt ein riesiger Zug. Gedränge, Chaos, Ochsenwagen, dann fiel einer davon um, glücklicherweise nur Sachschaden. Aber die Leute müssen ja auch alles mitschleppen. Kommt, wir gehen rein. Gott, ich bin so froh, dass es uns so gut geht. Wir trinken jetzt erstmal einen und dann wird ja hoffentlich auch bald Frieden sein. Und der Hermann wird hoffentlich auch mal heiraten. Der ist so schüchtern, Herr Pfarrer. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und als ob er das Stichwort gehört hat, tritt Hermann auf. Und der Pfarrer so, na Hermann, hast du alles verteilt? Ja, ja, alle spenden eigentlich nur eine einzigen Flüchtlingschika, die so einen Wagen mit zwei fetten Ochsen geführt hat. Die war so cool. Und dann sah sie auch noch so unverschämt gut aus. Der habe ich alles gegeben und gesagt, sie soll es unter den Armen verteilen. Und die hatte hinten dann auch noch so eine junge Mutti drauf. Ach Gott, wenn ich mir vorstelle, jetzt mit Kind und Kegel, also da bin ich ja lieber Single. Und der so, nee, also ich würde jetzt sofort eine bestimmte Flüchtlingschika heiraten, um sie zu beschützen. Und die Mutti so, ach Mensch, ja, wir hatten ja damals nach dem Stadtbrand auch nichts. Und da haben wir geheiratet und da hatten wir wenigstens schon mal eine billige Arbeitskraft. Und Papa so, ja, schon damals. Aber jetzt haben wir ja Kapital und da kann der Hermann ja auch mal eine Chika mit Kohle an Land ziehen. Zum Beispiel eine von den Nachbarskaufmannstöchtern. Ja, aber die verarschen mich immer, weil du immer auf dem Trecker sitzt. Du bist so eine Enttäuschung. Und der, also, ja, geh nur, du Versager. Hermann haut ab und Papa so, boah, der hat echt überhaupt keinen Antrieb, keinen Ehrgeiz. Ich weiß wirklich nicht, wie der im Turbo-Kapitalismus überleben soll. Ich meine, Wachstum ist doch alles, oder? Wir haben damals in die Hände gespuckt und was aufgebaut und der will jetzt mit bedingungslosen Grundeinkommen zu Hause sitzen, oder was? Du bist echt eine pädagogische Katastrophe. Mutti stürmt ihrem Söhnchen nach und Papa so, ja, vorwärts immer, rückwärts nimmer. Mutti muss erstmal intensiv nach ihrem einzigen Lieblingssohn suchen und findet ihn dann weinend im Weinberg. Och, was ist denn los? Ich bin zwar als Einzelkind ausgemustert, aber ich melde mich jetzt freiwillig zur Armee. Wieso? Weil Krieg ist. Ne, ich meine, wieso? Weil der Papa mich immer disst und ich will jetzt heiraten. Ja, aber wir wollen doch, dass du heiratest. Moment, das ist wegen dieser Geflüchteten, die du heute getroffen hast. Ja, genau. Und entweder die kriege ich heute noch oder sie ist weg und dann bin ich auch weg. Aber der Papa? Ach, bellende Hunde. Den kriegen wir schon rum. Komm mit. Und sie schleppt ihren Sohn wieder in die Gaststube, wo die Herren der Schöpfung noch beieinander sitzen und knallt ihrem Mann vor den Latz. Also, wir haben ja immer gesagt, Hermann soll endlich heiraten und sich selber eine aussuchen und jetzt hat er sich das Flüchtlingsgirl ausgesucht und er sagt, entweder die oder keine. Genau. Und der Pfarrer so, Mensch, das muss Liebe sein. Das ist doch wunderbar. Schicksal und Daumen hoch von mir. Und der Apotheker so, hier, Idee. Wir checken die erstmal ab. Ihr holen eine Schuhfahrauskunft bei ihrer Community ein und so. Und der Hermann so, ja, okay, das kannst du und der Pfarrer machen. Ich fahre euch beide und wenn ihr sagt nein, dann von mir aus auch nein. Und sein Dad so, na gut. Auf dem Weg beschreibt ihnen Hermann seine Angebetete. Aber sprecht bitte nicht mit der selber, sondern fragt lieber Leute um sie drumherum, über sie aus. Ja, klar, machen wir. Oh, da ist ja was los. Da ist ein bisschen Ärger unter Geflüchteten. Wahrscheinlich streiten sie um Lagerplätze und so. Und ein weiser alter Mann unter den Geflüchteten sagt, sag mal, spinnt ihr? Wir haben doch schon echt genug Probleme. Hört sofort auf und gebt Ruhe. Und der Apotheker so, also ich such die mal. Und der Pfarrer unterhält sich mit diesem alten Friedensstifter. Und der so, also, diese französische Revolution, das war ja theoretisch ganz schön, aber dieser Krieg jetzt, das ist so schrecklich. Ja, aber immer wenn du denkst, es geht nicht mehr. Es gibt doch auch Silberstreifen und bestimmt Solidarität und wir schaffen das und so, oder? Also, da fällt mir jetzt nichts. Ah, doch. Wir haben ein taffes Mädchen, das allein einen Hof voller Frauen vor einer Rotte marodierender Soldaten beschützt hat. Einen erlegt, vier verletzt. Wow, Wahnsinn. Und der Apotheker kommt, ich hab sie gefunden, ich hab sie gefunden. Kommt, versteckt euch. Und sie spickern so durch einen Zaun und sehen die Dorothea und der Alte so, das ist sie. Das ist genau die taffe Frau. Die ist sowieso ganz toll, ne? Und die hat so ein Pech gehabt. Ihr Verlobter ist als Revolutionär in Paris gestorben, aber die ist erste Sahne. Ja, super, danke für die Auskunft. Und dann gehen sie zu Hermann und sagen ihm, Brautcheck bestanden, die kannst du nehmen. Ja, und was ist, wenn sie mich nicht will? Tja, da musst du durch, Junge. Also gut, dann nehmt ihr jetzt den Wagen und fahrt nach Hause und ich komme zu Fuß. Oder wir. Und die gehen. Hermann trifft Doro am Brunnen vor dem Tore. Und sagt so, hallo. Oh, der edle Spender. Danke nochmal, ne? Gibt's mir was zu trinken? Und sie so, ja, hier, bitte. Und was machst du hier? Ich, ähm, ja, ich bin wegen dir hier. Und sie so, äh, was? Ja, also es ist ja so. Ich lebe ja mit meinen Eltern allein und es ist immer viel Arbeit und da, Mensch, du willst mir einen Job anbieten, ne? Ihr sucht einen Markt, das finde ich super, da bin ich sofort dabei, wenn ich eine Aufenthaltsgenehmigung und eine Arbeitsgenehmigung kriege. Äh. Ich bringe meinen Leuten nur noch schnell das Wasser und verabschiede mich, dann geht's los. Ich helfe dir tragen. Nein. Du bist ja mein zukünftiger Boss und außerdem sind Frauen ja sowieso das dienende Geschlecht. Das schreibt der Jowo wirklich so. Und sie verabschiedet sich von ihren Leuten und dann gibt er ihr das Händchen und dann marschieren sie los. Unterwegs kriegt sie schon mal ein Briefing über ihre zukünftigen Schwieger, äh, Arbeitgeber. Und er sagt also, äh, meine Mam steht voll auf Fleiß und Ordnung, die wird dich lieben. Und, äh, mein, mein Dad ist, äh, so ein bisschen eitel und will so hofiert werden und ein bisschen oberflächlich. Und was ist mit dir? Äh, äh, du, äh, tu einfach, wohin dein Herz dich trägt. Und sie so, okay. Oh Mensch, ihr habt's aber echt schon schön hier, ne? Der Goethe beschreibt auch ganz toll die Landschaft und die bevorstehende Ernte und so. Und sie gehen im Dunkeln die Treppe zum Haus runter. Da stolpert sie und er fängt sie in seinen Armen auf. Und huch, da liegen sie sich schon in den Armen, aber sie küssen sich nicht. Mist. Und sie auch so. Mist. Und er schleppt sie in die Wirtsstube und präsentiert sie ganz stolz. Also, äh, Mom, Dad, das ist die Doro. Und, äh, Herr Pfarrer, es gibt ein Problem, die glaubt, ich hab sie als Markt engagiert. Aber Papa redet sie schon an. Äh, so, willkommen, Schwiegertochter. Und sie so, wie bitte? Das stand aber nicht in der Jobbeschreibung, dass man sich hier verarschen lassen muss. Und der Herrmann so, mach was. Und der Pfarrer übernimmt und sagt, also, äh, Mädchen, ne? Wenn man als Gastarbeiterin eine Festanstellung will, dann muss man sich auch mal einen Spruch anhören. Ne, dann geh ich jetzt wieder zurück. Äh, aber nicht wegen dem Spruch, sondern weil ich ja wirklich auf den Herrmann stehe. Und wenn der jetzt eine andere hat und die Mutti so, nix da, du bleibst jetzt hier als meine Schwiegertochter. Und Papa so, boah, das Geheule nervt voll, ich geh jetzt ins Bett. Ne, Papa, jetzt warte doch mal, das ist ja nur meine Schuld, weil ich nicht gleich gesagt hab, dass ich voll auf sie stehe. Und sie so, echt jetzt? Und der so, ja, voll. Und der Pfarrer verlobt sie mit den Eheringen der Eltern und sagt, huch, da steckt ja schon ein Verlobungsring. Ja, aber mein Verlobter ist ja als Revolutionär in Paris umgekommen und er hat mich freigegeben. Und sie steckt den zweiten Ring dazu. Und der Herrmann so, Doro, doppelt hält besser in diesen Zeiten. Wir halten fest zusammen und halten unseren Besitz zusammen und dann wird alles gut. Und so endet dieses Idyll mit einem echt deutschen Bekenntnis zur Ehe und zur schwarzen Null. Ja, aber wir sind ja griechische Göttinnen und wir finden das trotzdem voll cool. Naja, wir haben ja auch unruhige Zeiten. Und das, liebe Gemeinde, war Hermann und Dorothea von Johann Wolfgang von Goethe. Vielen Dank. Vielen Dank.